Als Vorboten des Klimawandels gelten auch Extremwetterlagen wie Überschwemmungen und Hitzewellen. So leiden China und weite Teile Europas aktuell unter Rekordwerten. Auch hierzulande werden morgen tropische Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet, bevor sich die Gluthitze am Mittwoch schon wieder Richtung Nordosten verzieht. Vorsicht heißt es also für ältere und kranke Menschen, aber auch für die Kleinen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte auf jeden Fall gemieden werden. Eine grüne Architektur ist eine Antwort auf den Klimawandel und Hitzewellen. Die Pflanzen senken die Temperatur um ein paar Grad. Doch ein grünes Gebäude wie hier in Stuttgart lässt sich nicht auf die Schnelle bauen und ist eher eine Seltenheit. D.h. die Hitzewelle wird viele hart treffen. Am schlimmsten erwarten wir am Dienstag die Region Saar, Mosel mit Temperaturen bis zu 40 Grad, eben auch in Köln oder Duisburg, Niederrhein-Ruhrgebiet. Das sind so die Hotspots, wo wahrscheinlich die Höchsttemperaturen auftreten werden. Dass Hitzewellen ein Dauerthema werden, war klar. Dennoch ist Mannheim eine der wenigen Städte mit einem Aktionsplan. Bisher sind es Tipps im Internet. Z.B. älteren Nachbarn beim Einkauf helfen, tagsüber Fenster schließen, verdunkeln Notfallnummern. Es geht z.B. dazu, dass wir den Bürgern schon gesagt haben, Verhaltenstipps. Wo hat es z.B. kühle Orte? Wo kann man sich aufhalten? Auf der Internetseite der Stadt sind sie zu finden. Z.B. klimatisierte Einkaufszentren oder Kirchen, die aufgrund der massiven Architektur ohnehin Kühler sind. Oder die klimatisierte Kunsthalle. Hier können die Bürger der Stadt der Hitze entfliehen und den Körper etwas abkühlen. Doch nicht alle sind so mobil und können diese Tipps wahrnehmen. Deshalb werden sich wohl in den kommenden Tagen die Krankenhäuser füllen. V.a. ältere Menschen sind von der Hitze bedroht, teilweise lebensgefährlich. Nebel und Regen, das sind die Stereotypen für britisches Wetter. Dass ausgerechnet in Großbritannien zum 1. Mal die Hitzewarnstufe Rot ausgerufen wird, passt da nicht ins Bild. Die britische Wetterbehörde ist sich sicher. Grund für eine solche Hitze ist der Klimawandel. Es sind die heißesten Tage in der Geschichte Großbritanniens. Temperaturen von bis zu 40 Grad brechen Rekorde und quälen viele Briten. Die Gesundheitsbehörde hat den Hitzenotstand ausgerufen. Wir sprechen von Temperaturen, die wir hier noch nie erlebt haben und schon gar nicht tagelang. Unsere Körper, unsere Häuser und unsere ganze Kultur sind darauf nicht vorbereitet. Deshalb soll heute eigentlich zu Hause bleiben, wer kann. Nach Möglichkeit auf Reisen verzichten, besonders mit der Bahn. Viele Züge müssen deutlich langsamer fahren oder fallen ganz aus. Gleise könnten sich wegen der Hitze verbiegen. Auch die Fahrt mit der Londoner Tube. Bei über 30 Grad eine Tortur, die heute wohl nur auf sich nimmt, wer in einem klimatisierten Büro Zuflucht findet. Zu Hause kann ich nicht arbeiten, da lebe ich unter dem Dach. Das ist wie ein Ofen. Wir haben im Büro kalte Getränke und eine Klimaanlage. Das ist viel besser. Ich gehe nur ins Büro, um der Hitze zu entfliehen. Abkühlung ist erst ab Mittwoch in Sicht. Auch morgen soll es mit mehr als 30 Grad noch einmal extrem heiß werden. Für die Feuerwehrleute ist es der härteste Tag. Für ganz Frankreich der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Im Süden brennen die Wälder. Tausende Hektar Wald sind bereits vernichtet. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die verheerende Feuersbrunst hat jetzt auch die Strände von Arcachon am Atlantik erreicht und die Temperaturen steigen weiter unerbittlich. Das ist wie ein Pulverfass. Das Feuer wird regelrecht explodieren, aufgrund dieser gigantischen Hitze. Alarmstufe Rot gilt seit heute für die gesamte Atlantikküste. Und die Hitze breitet sich weiter nach Osten aus. Mehrere Tausend Einwohner und Touristen mussten schon in Notunterkünfte gebracht werden. Freiwillige Rotkreuzhelfer kümmern sich um die obdachlosen Urlauber. Unterdessen kämpfen Feuerwehrleute aus ganz Frankreich Tag und Nacht gegen die gewaltigen Feuerwände. In der Diskussion über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke hat die Bundesregierung auf einen zweiten Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung verwiesen. Für die Regierung sei die Frage der Atomkraftwerke von Anfang an keine ideologische, sondern eine rein fachliche Frage gewesen, so eine Sprecherin. Sowohl das Wirtschafts- als auch das Umweltministerium betonten aber, es gebe nach bisherigem Stand keine neue Lage. Die Energieversorgung bleibt also weiter ein großes Thema. Bettina Seidel in Frankfurt. Wie blickt man an der Börse auf die aktuellen Entwicklungen? Hier herrscht ja schon seit Längerem große Skepsis, ob das Gas reichen wird. Im Falle eines Stopps der Gaslieferungen würde das nämlich wahrscheinlich voll auf die Wirtschaft durchschlagen, sie also schrumpfen lassen, in die Rezession drücken. Bei einem Gasstopp würden Unternehmen vieler Branchen leiden, Pharmabranche etwa oder die Textilindustrie, die Chemieindustrie. Die ist auch gerade nicht zurückhaltend mit Preiserhöhungen. Viele Unternehmen könnten dadurch in Schieflage geraten und dadurch dann auch Millionen Arbeitsplätze vernichten. Die ersten Unternehmen sprechen ja jetzt schon von Stellenabbau. Das alles, diese Gemengelage hat dem Euro zugesetzt, den Aktien aber eben auch, also dem DAX, zumindest in den letzten Wochen. Heute gab es aber kleine Zeichen der Erholung beim DAX. Gut ein halbes Prozent plus auf 12.944 Punkte. Ein in die Engel getriebenes Unternehmen ist der Gashändler Unipa, von dem haben wir gehört die vergangenen Tage. Der geht jetzt in die Reserven, schöpft einen letzten Milliardenkredit bei der Staatsbank KfW aus und zapft auch sogar seine Gasspeicher an. Danke, Bettina Seidel nach Frankfurt am Main. Ihn hier, Ivan Bakanov und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, verbindet eine lange Freundschaft. Als Selenskyj 2019 Staatschef wurde, machte er seinen Jugendfreund zum Leiter des Geheimdienstes. Nun aber hat er den 47-Jährigen vom Amt suspendiert, ebenso wie die Generalstaatsanwältin Benediktowa. Offiziell, weil mehr als 60 Mitarbeiter aus dem Sicherheitsapparat mit Russland kollaboriert haben. Es gibt allerdings auch Berichte, der Fachfremde Bakanov habe in seinem Haus nur wenig Autorität genossen. In seiner täglichen Videobotschaft am Sonntagabend verkündete Präsident Selenskyj unerwartet seine Entscheidung über zwei hochrangige Regierungsmitarbeiter. Ich habe entschieden, die Generalstaatsanwältin aus ihrem Amt zu entlassen und den Chef des Geheimdienstes der Ukraine zu entlassen. Die Generalstaatsanwältin ist Irina Benediktova, Juristin. Sie kommt aus dem Umfeld von Selenskyj und gilt international als Gesicht für die Strafverfolgung von mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in Butscha zum Beispiel. In ihrer Behörde arbeiten Tausende. Sie wurde entlassen, weil zahlreiche Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft und anderen Behörden des Hochverrats verdächtigt werden. Sie sollen mit Russland kollaborieren. Der bisherige Chef des Geheimdienstes, Ivan Bakanov, ist vor allem als sein alter Kinderfreund von Selenskyj bekannt und er war sein Wahlkampfleiter. Heute Morgen erklärte dann das Präsidialamt im ukrainischen Fernsehen, der Geheimdienstchef sei nur vorübergehend suspendiert und die Generalstaatsanwältin sei von ihrem Amt abgesetzt, aber nicht entlassen. Eine unklare Situation in Kiew.